Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal StandoGaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Slida.io Beziehungsweise nicht wieder, sondern neu. Ich hab mir mal gedacht, komm zock ich doch mal das Spiel. Ich hab das noch nie gespielt. Zumindest nicht im Video. Also ich hab's natürlich schon mal offscreen gespielt, aber noch nie in einem Video. Und ich dachte mir, komm, spiel ich doch jetzt hier mal Slida.io. Und guck mal so ein bisschen, wie weit wir denn hier kommen. Ja, also wir haben jetzt gerade eine Länge von 37. Das ist doch schon mal was. So, den ersten haben wir auch hier direkt. Zack. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht in einem Gefängnis kommen. So. Zack, zack, zack. Okay. Ah, hier ist einer gestorben, aber da kommt so eine blöde weiße Große. Da können wir natürlich nicht hin. Wir konnten das Spiel auch irgendwie lange nicht spielen, ne? Weil die da irgendwas geändert haben. Keine Ahnung. Ah, der ist auch lang. Na gut. Ich weiß nicht, ob wir den verfolgen sollten. Oh. Ja, ähm, ja, nichts passiert. Alles im Grün-Reich. Junge. Okay, immerhin haben wir den jetzt wieder bekommen. Bam, Alter. Oh, fast gestorben, Alter. Ihr habt in meinem Herzen schon weggerutscht. So, meins. Meins. Guck mal. Oh, wir sind schon fast bei 6, äh, bei fast 1000. Junge, verpisst euch. Ich will nichts mit euch zu tun haben. So. Ey, mit dir, Regenbogen. Nein. Lasst es sein. Balkan-Express. Seht ihr den hier oben? Also, wir müssten 10.000, also eine 10.000er Länge haben, um in diesem Ding zu sein. Ob wir das schaffen, weiß ich ja nicht. Oh. Oh. Gugel. Das leck ich. Das leck ich? Das lasse ich mir schmecken. Boah, da wollten wir so eine reinhauen, ne? Habt ihr's gesehen? Oh, jetzt sind die... Mir sind hier zu viele. Ich gehe weg. Okay, wir haben jetzt eine Länge von 2000 schon. Das ist doch schon mal geil. So. Zack, zack, zack. Das Blöde... Ich glaube sogar am PC ist das ein bisschen... Boah, was willst du, roter Mensch? Okay, so. Okay, wir sind gleich 2000. Groß. Wir sind auf Rang 33. Oh, da kommt so ein blöder Weißer. Nicht mit mir, du blöder Regenbogenviech. So. Schau mal, die will so richtig auf mich gehen, ne? So. Danke sehr. Hier auch vielen Dank für mein Essen. Wow. Ne, ich will nicht in ein Gefängnis. Also man muss hier echt aufpassen, ob er nicht ins Gefängnis kommt. Die wollen hier alle auf einen gehen, nur weil man so groß ist oder was? Hast mich in Frieden. So, einmal direkt hier umkehren, so. Junge, wie die alle auf mich geiern. Seht ihr das? Junge, die geiern ja richtig auf mich. Ich... Bruder. Oh, Bruder. Das war knapp, Alter. Zack. Da habe ich ihn. Den Kleen hier. So. Oh. Ja, da gehe ich jetzt nicht hin, weil sonst sterbe ich. Gut, okay. Jetzt ist man schon mit 8000 auf Platz 10. Ja, wir haben 2500. 500. So. Der baut einen Gefängnis. Nein, du Lilana, bitte nicht. Oh, jetzt ist er tot. Oh. Ich muss dann hier mal ganz schnell los. Ich meine, wie kann man nur so schlecht sein? Oh, die Lilande ist gestorben. Da gehe ich aber nicht hin. Schade. Boah, die kommen ja immer mit so einem Affenzahn angerauscht. Da muss man richtig aufmerksam sein. Wenn es einmal nicht ist, dann kannst du Tschüss sagen. Wo bin ich eigentlich? Ich bin hier mal komplett an die Grenze. Wir gehen jetzt mal an die Grenze, würde ich sagen. Ich glaube, da sind nämlich weniger. So. Oh. Da habe ich gerade nicht aufgepasst und wäre fast gegen den Grün da reingerauscht. Hier war irgendeine. Weil hier sind so Punkte. So. Zack, 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 zack. Summeln wir das ein. Okay. Warum heißt da einer essen? Egal. So. Hä? Die ist einfach genau gegen mich geflogen. So. Jetzt will der Grüne auf mich. Okay, der Grüne kann doch nicht mehr auf mich. Boah, was gestorben bei ihm, Alter. Ja, da lachtest du, ne? So. So. Schau, wie riesig ich bin. Junge. Bin ja voll groß geworden. Seht ihr das? Also in meiner Länge? Da ist mein Ende erst. Okay, wir müssen mal wieder probieren, ein Gefängnis zu bauen. Wir gehen mal wieder rein hier. Das könnte jetzt mein größter Fehler sein, aber egal. Wir gehen jetzt hier rein. Okay, da ist ein Grüner. Ach, das ist der, oder? Luan heißt der. Okay, er weiß genau, was ich machen will. Der hat den Braten gerochen. Ja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Sehr dumm gelaufen. So. Oh, jetzt fängt es an zu hängen. Das ist halt bei Slither.io irgendwie so. Ja, in meinem Gefängnis bist du. Guck mal, wie er versucht, sich zu retten. Ja. So, da habe ich ihn auch. Junge, dieser Grüne, der geht mir auf den Sack, Alter. Jetzt weg. Gute ist, ich kann mich einfach hier die ganze Zeit umdrehen. So. Zack. Jetzt haben wir auch schon eine Länge von 4.000, ne? Ah, jetzt ist man mit 7.000 schon in den Top 10. Ja, es wäre geil, wenn wir jetzt in diesem, also wenn wir Top 10 werden. Ja, es wäre geil. Na, ich gehe da nicht hin. Lieber weg. So. Okay, da ist so eine... Oh. Ja. Hamza. Okay, wir sind jetzt 5.000 groß gleich. Oh, die ist riesig. Scheiße. Oh, die ist auch riesig gewesen. Okay. Das habe ich nicht bedacht. Ich wäre fast im Gefängnis gewesen. Aber ich bin noch drin. So, 5.000... Ey, die hat dieselbe Farbe wie ich. Vanessa, geh bitte nicht auf mich. Der hat auch dieselbe Farbe wie ich, aber geht auf mich. Das ist... Also, Vanessa ist jetzt lieb. Bist du lieb, Vanessa? Ja, bist du lieb? Komm, ich drehe. Ich drehe. Hier, ich bin lieb. Bin lieb. Bin lieb. So. Gehen wir mal weg hier wieder. Ich glaube, sie weiß, was sie meinte. Oder er... Warum heißt der FBI? Junge, wie gierig die immer sind, Alter. Okay. So. Gehen wir hier mal komplett weg. Jo, warum sind hier so viele Köttels? Hier sind voll viele Köttels! Okay, wir müssen mal jetzt versuchen, ein Gefängnis zu bauen. Komm her. Okay, hier sind zu viele. Junge, hier sind ja übelst viele. Okay. Jetzt geh weg, du Lilane. So, eins haben wir. So. Ja, Leute. Nein. Mann, ich war doch so... Ich war bei 5.800. Ich wäre fast in den Top 10. Leute, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Schaut außerdem auf meinem Desktop-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute. Euer Sandow. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017